Wir von CIVIL haben das wissenschaftliche Buchprojekt mit einer empirischen Studie unterstützt. Dazu haben wir für sieben Umfragen jeweils 5000 Teilnehmer befragt und haben uns angeguckt, wie schauen die Verbraucher auf die politische Positionierung von Marken. Es gibt eine zentrale Erkenntnis, wenn man auf die Daten guckt und die zeigt, dass eher linkere Verbraucher dem Thema sehr positiv gegenüberstehen, konservativere Menschen eher ablehnen. Und im zweiten Schritt muss man dann tatsächlich noch mal ganz genau in die Kundengruppen reingucken, um eine abschließende Empfehlung zu treffen.